Wolfgang, tolles Wochenende für dich hier in Engelberg. Wer gewinnt jetzt die Tournee? Ja, ich muss natürlich für meine Mannschaft sprechen. Das heißt, es wird ein Österreicher werden. Schlieri Kofi ist auf Augenhöhe, aber dicht gefolgt von den Deutschen. Also es wird ganz eine spannende Tournee und vielleicht rede ich auch ein Wörtchen mit. Wer weiß.